Musik Willkommen zu einer weiteren Folge von Klingon Honor Guard, der Klingonischen Ehregarde. Heute geht's weiter mit dem Gefängiskomplex auf Rurapente. Und da ich im März dann eine neue Arbeit empfange, habe ich entschieden, Rurapente bis dahin noch abzuschließen. Heißt also, es sind noch dieses Level und zwei weitere. Danach ist dann erstmal, ja, leider wieder Pausen über Pausen, wo ich dann nur noch in den Wochenenden eventuell Zeit haben werde, irgendwas aufzunehmen. Doch erstmal, das ist nebensächlich, also machen wir erstmal hier weiter. Und jetzt wurden wir gerade Zeuge des Klingonischen Todesschreis. Als eine Warnung für die ins Dovo-Korps, dass weitere Krieger folgen werden. Jetzt geht das wieder los. Der Typ gleich in der dritten Etage. Mit dem habe ich gleich wieder Ärger hier. Was soll denn, der kommt irgendwann mal auf die Idee, hier runterzuspringen. Das wäre nämlich einfacher für mich. Aber auf die Idee kommt er natürlich jetzt nicht. Besser wäre es, wenn ich jetzt natürlich für ihn Feuer kille, aber... Oh, habe ich bereits. Ja gut, dann habe ich endlich mal Ruhe. So. Nix ist... Du löst keinen Alarm aus. So. Hier in diesem Level werden wir auch zwei neue Spezies kennenlernen. Zum einen hier diese Nausikaner. Nicht Nausikaner, das ist immer das Problem dabei. Hier, Nausikaner. Nausikaner sind groß, übelgelaunt und angriffslustig. Als Gegner sind sie nicht zu unterschätzen. Aber die Freude am Zweikampf mit ihnen wird dadurch getrübt, dass sie aus Wut kämpfen, nicht aus der gemeinsamen Lust am Kampf. Das Haus Duras soll nausikanische Söldner unterhalten. Wenn das wahr ist, dann stimmt wahrscheinlich auch das Gerücht, dass sie als persönliche Leibwachen agieren, wodurch die Ehrlosigkeit ihrer Auftraggeber weiter und unter Beweis gestellt wird. Trotz ihrer Größe können Nausikaner schnell und wendig sein. Lass dich niemals überreden, mit einem von ihnen zu trinken. Soviel zur ersten Rasse, die wir hier kennenlernen. In diesem Level sind auch drei Sequels. Das ist eigentlich genau genommen zwei, denn eines davon ist ein Semi-Secret. Bleibt gleich drin, ne? Habe ich jetzt hier irgendwo wieder einen Kibon vergessen? Kibonischen Wächter? Zweite Ebene, dritte Ebene? Oder in dem Turm? Jetzt ist er natürlich runtergesprungen, ne? Scheiße. Da hinten ist er. Na, super. Wusste ich doch, dass er runterspringt. Na, das wird ein Lack mit ihm. Oder auch nicht. So, endlich Ruhe. Aber noch lange nicht, denn wir müssen erstmal in diesen Turm hoch. Und da sind mindestens zwei, drei Klingungen insgesamt. So, einer hier. Jetzt haben wir zwar die Tür geöffnet, müssen aber noch weiter nach oben. Da sind gleich zwei weitere. Da zum Beispiel. So, haben wir schon mal den jetzt. Wo ist der andere? Gut, der ist jetzt auch hin. Geht doch. In der obersten Ebene können wir dann gleich einen lustigen... Ach, dazu muss der Typ erstmal herkommen wieder. In der nächsten Ebene können wir gleich hier so einen lustigen Trick anwenden. Der beachtet uns gar nicht, ne? Der steht da rum und macht da seine Mätzchen. Jetzt müssen wir warten, bis der andere wiederkommt. Da kommt er nämlich. Den können wir nämlich von hier aus sogar schon killen. Aber gut, den anderen machen wir jetzt von fern. Den kriegen wir auch noch klein. So, sag ich doch. Und schauen gleich mal, was so in der nächsten Ebene los ist. Hm, da brechen schon die Androianer aus. Und nehmen wohl offenbar die Oberhand. Okay, weiter geht's. Wie immer schön die Kisten plündern. Denn dafür sind sie ja da. Nicht nur als schöne Deko hier. So, dann erstmal speichern. Genau, die sind safe. Nicht den anderen, den brauche ich. So. Hier können wir nicht rein, wegen dem Kraftfeld. Das muss ich erst woanders deaktivieren. Ist hier irgendwie noch eine Kiste? Ja, hier. Ist hier noch was? Nein. Ups. Röhrchen. Na, der hält ja nicht viel aus. Hm, wie immer das riechen mag, ne? Was denkst du? Jetzt komm ich. Ach, immer diese lästigen Wächter. Die hauen dann immer gleich ab, diese Feiglinge. Da wird man gleich von drei Seiten beschossen. Das ist lästig. Schön liegen bleiben. Los, weil der Typ da nicht stehen bleiben will, dieser. Und jetzt, wow, oh, was war das denn gerade hier? Jetzt mischt der da oben auch noch mit. Aber zum Glück bleibt er so gut wie stehen hier. Also, ich kann ihn nach und nach... Naja, er blieb stehen. Der andere Typ, Lendengeber, geht auch noch auf die Nüsse. Gehe ich da jetzt hier groß... Munition verschwinde, nehme ich lieber diese Disruptor-Pistole. Habe ich mehr von. Geht doch. So. Wo ist das der andere? Der hier rumballert. Auch da hinten ist er. So, habe ich den auch losgeworden. Ei, 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 ei. So. Erstmal schön deaktivieren. Und dann kommen wir jetzt nämlich hier rein. Denkste. Dazu muss das mal herkommen. So. In diesem Raum müssen wir aufpassen. Da unten. Denn dort begegnen wir eine neue Spezies. Nämlich die Lithianer. Die Bluten auch rot und haben so eine Art Tarnung. Sind also nur transparent sichtbar. Und jetzt zu den Lithianern. Wir wissen nur wenig über Lithianer. Sie leben im Verborgenen und geben nur wenig über sich preis. Sie wurden jedoch im Kampf beobachtet und scheinen eine bestimmte Taktik zu verfolgen. Lithianer schleichen sich manchmal mit Hilfe eines Tarnanzugs dicht an ihr Ziel heran. Wenn sie nahe genug sind, erfasst der Angreifer sein Opfer mit beiden Händen. Dann findet eine starke Entladung bio-elektrische Energie unbekannter Art statt. Der Gedankenbrand. Die dem Opfer mentale und körperliche Verletzungen zufügt. Es ist kein Schutz gegen diese Waffe bekannt. Außerdem Abstand zu halten. Lithianer arbeiten manchmal mit andorianischen Schmucklern zusammen. Und es gibt eine Reihe lithianischer Gefangener auf Ruhra Pente. Die Frage ist dann also, wieso haben die eben noch ihren Tarnanzug? So, sollte hier nicht ein Andorianer sein? Nö, dann nicht. Zu der Ebene kommen wir sowieso später noch hin. Ich schlitz dich auf wie nach. Ja, ja, schön und gut. Mach ruhig. Das ist der Nachteil dabei, wenn er da so... Das ist der Nachteil dabei, wenn er dieses Budlet hat. Dann quatscht er das hier unaufhörlich. Was manchmal etwas nervig ist. Tö, denkst du? Tö. Das ist was Besseres zu reden. So, auch hier müssen wir erstmal wieder in diesen schönen Turm rein. Geht doch. Wo ist er denn? Da oben wieder, ne? Wahrscheinlich. Geht doch. So. Sonst noch irgendwelche lästigen Gegner hier? Ne, zum Glück. Gut. Nächste Ebene ist auch offen. Weiter geht's. Aufgrund des Alters des Spiels kann es sein, dass mir das Spiel jetzt dann auch mitten in der Mission abschmiert. In dem Punkt muss ich dann einfach das Video cutten oder in dem Sinne ausblenden. Und dann mit dem Hauptmenü weitermachen und an der Stelle weitermachen, wo es gestockt hat. Auch wenn dann manchmal die Lebensleistung so nicht mehr dann denselben Wert hat. Aufgrund dessen, da ich dann einen gewissen Abschnitt nochmal nochmal spielen muss und so. Wie gesagt, es ist aufgrund des Alters des Spiels, dass das passieren kann. Ja, das war dein kurzes Leben in Freiheit, ne? Sozusagen. So, zweite und dritte Ebene. Ach, geht das wieder los? Wieder so einer. Der meint, da oben hat eine schöne Luft. Ach, den hab ich ja ganz vergessen. Ja, Nausikaner haben gerne Granatwerfer. Das ist das Blöde dabei. Oh nein, jetzt ist er auch noch runtergesprungen, oder? Natürlich ist er das. Fuck. Nun, halt doch mal still, Menschen, Kinder. Hätte ich mir jetzt beinahe verpasst. Zum einen hab ich diesen Klingonen-Fatzkin da oben und zum anderen unten den Nausikaner mit seinem blöden Granatwerfer. Oh! Das war knapp. So, was mach ich jetzt mit dir, Kumpel? So, den hab ich jetzt zum Glück auch erledigt. Schade, dass wir hier den Granatwerfer noch nicht bekommen, sondern erst viel später. Einige Levels weiter. Das war nämlich sein Messer gerade. So, hier ist keiner, ne? Nein, gut. Ach, scheiße. Das ist sogar der Raum. Verdammt. In diesem Raum ist auch gleich wieder so ein Nausikaner mit Granatwerfer. Dachte ich zumindest. Oder auch nicht. Da! Scheiße! Hat's geholfen? Jupp. Hat. Nett. Gut, haben wir zumindest den erledigt. Glaub aber, da ist noch einer. Nö, hier zum Glück nicht. Schwein gehabt. So. Jetzt ist auch zumindest der Lift aktiviert. Wir müssen eh nach oben. Eigentlich sollte jetzt die Kamera noch zu Boden fallen, aber... Hm, doch nicht. Ja, da geht's jetzt ab hier mit den Androianern, ne? Die werden einen nach dem anderen abgeschlachtet. Jupp. Dort, wo die beiden Säulen da sind, hier an der Wand, da müssen wir dann hin. Das ist das erste Secret. Das ist das erste Secret. Oh, du schon wieder! Come on, Mensch, das ist doch nackt mit dir immer. Wo hat der, wo hat der, wo hat der sich jetzt wieder verkrochen? Hä? Hm. Immer diesen Jager da mit den Leuten aus der hochhöheren Ebene. Ach, jetzt auf einmal, ne? Naja. Schöööninglein. Das ist eine andere Waffe. Das ist zwar nicht der Gedankenbrand, aber so eine Energiekugel, die er da hinschmeißt. Wo ist er? Da hinten. Scheiße, da hinten. Hm. Zumindest haben wir schon mal einen erledigt. Einen Stress weniger. Die Panzerung ist auch gleich wieder im Arsch. Tja, die Androianer halten halt nicht viel aus, ne? Hauptsache die Lithiumzellen, die brauchen wir jetzt. Hm, war hier doch nur einer. Komisch. Oder wo ist der zweite jetzt hingewandert? Na jedenfalls haben wir den jetzt schon gekillt. Und wir müssen trotzdem weiter. Denn der nächste Abschnitt wird scheiße. Und unsere Munition geht auch schon langsam zum Neige. Na, die Panzerung kann ich auch bald in die Tonne treten. Da nützen mir auch die ganzen Lithiumzellen nichts. Aber das gehört nochmal dazu. Denn wir müssen gerne nach oben. So, genau. Hier der nächste Aufzug. Dritte Ebene. So, und dann erstmal zu diesen Säulen oder den Stützen da. Diesen hier. Und dann hier gleich zum Linken. Denn hier ist nämlich ein Secret. Mit einer Sniper-Kamera und wieder Gach. Zum Semi-Secret kommen wir erst noch. Das ist nämlich hier unten gleich. Schade, dass wir die neue Panzerung noch nicht haben. Weil da hätten wir jetzt nämlich alles voll. Wollt ihr jetzt ein richtiges Save? Ja, der hier. Na, wenigstens ist der jetzt auch erledigt. Ja, man hört schon hier die nächsten Kämpfe hier. Ebene 4. Die wird scheiße. Ebene 4 ist so voll von Gegnern. Das wird nackt jetzt hier. So, willkommen zurück. Wie gesagt, das Spiel ist mir jetzt gerade abgeschmiert. Also muss ich jetzt hier weitermachen. Wir waren immer noch dabei, die vierte Ebene einzunehmen. So, weiter im Programm. So, endlich. Hier ist schon mal diese Ebene gekillt. Obwohl, da oben ist auch noch einer. Aber ich muss erst mal die Waffe laden hier. Da hinten sind zwei. Ich sag ja, die vierte Ebene ist voll von Gegnern. Und ich muss erst mal warten, bis die Waffe geladen ist. Schöne Animationen nutzen es hier nichts. Dann beschleunigtes Aufladen ist hier nicht. Hm, okay, den kann ich jetzt zwar nicht killen, aber dafür zu dem einen Ausgang, wo wir hin müssen. Ja, jetzt mischen natürlich beide mit, ne? Jetzt sind hier natürlich gute Reflexe gefragt, ne? Aber auch dieser ist jetzt down. Wo kommst du denn jetzt auf einmal? Bist du da jetzt rausgekommen? Nö, wollte schon sagen. Da muss er noch seiner Zelle gekommen sein. Knapp daneben ist auch vorbei. Du, dein, du, dein. So, komm, ja hier. Hör auf, diese Tenzin zu machen. Hm, stirb. Geht doch, meine Fresse. So, weitere Zellen. Ach, die werden wir erst mal brauchen. Müssen wir uns mal weitere Zellen sammeln. Machen wir erst mal die Zellen aus. Heilungspack, nützend ist recht wenig. Hallo? Äh, nö. Du, sie ist erst mal das Zeitliche. Und wieder ein Lithianer. Bei denen müssen wir schnell sein. Andorianer sind der Witz heutzutage. So, jetzt haben wir zumindest wieder den kompletten Anzug. Kannst du knurren, wie du willst. Mich triffst du hier nicht. So. Endlich wieder den schönen, kompletten Anzug. Aber darauf müssen wir jetzt natürlich wieder groß achten, ne? Die möchten wir jetzt noch lange behalten. Wenn diese Fazken da oben in diesem kleinen Gebäude da nicht wären. Die sind so schwer zu erwischen hier. Hm, das müsste nur noch ein Klingoner sein. Nö, doch nicht. Okay, wo ist er hin? Ach, schon wieder Nausikana mit Granatwerfer. Scheiße. Nee, mit einem normalen Disruptor-Gewehr nur. Nur zum Glück. Open up. Gut. Sind wir denn auch losgeworden? Und wir haben noch ein Großteil unserer Panzerung. So, speichern. Weiter im Programm. Nicht immer diese Sätze wiederholen. Das klingt so. Na, komm runter da, du Feigling, du Patachier. Komm her. Stell dich wie ein Klingone. Sei ein Mann. Doch nicht so runter. Naja, egal. Dein schlimmster Albtraum bin ich. Denkste, denkste. Nö, 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 nö. So, jetzt haben wir nur noch diese beiden Fatzken da oben. Kommt, zeigt euch. Zeit Klingonen. Hab ich jetzt einen erledigt? Naja, einen. Aber das sind zwei. Da sind mir jetzt schon mal eine Sorge weniger. Weißt du was? Wir machen es wie Männer. Ich mit meinem schönen Diktachmesser und du mit deinem Fleischermesser da. So, die Zellen sind offen. Sonst ist hier nichts weiter. Diese Ebene haben wir zum Glück auch geklärt. Jetzt kommt die nächste. Mit dem Hauptaufzug. War sonst auch keiner? Nö. Jopp, die Ebene kommt da jetzt noch. Ebene 3 mit dem Hauptaufzug nach oben. Quatsch nicht. Geht auf die Nüsse. Das ewige Spiel mit dem Zielen, ne? Am Ende gewinne ich immer, ne? Ach, ein Andorianer. Habt ihr nichts Besseres zu bieten? Noch ein Nausikaner. Wo bist du denn? Da ist er! Und? Und? Womit denn? Du hast doch nur ein Messer. Du hast das Wege getan, kleiner Ferengi. Geht doch. Gott so knackig. Ne? So wie es sein soll. So, und dann gilt es nur noch, diesen Aufzug zu aktivieren hier. Hoch! Denn ich glaube, der ist noch deaktiviert. Und da hinten ist dann auch schon das eigentliche zweite Secret. Das andere mit dem Anzug war ja ein Semi-Secret. Sind somit auch bald durch mit diesem Level. Doch es kommen ja dann noch zwei weitere, ehe wir Hurra-Pente abgeschlossen haben. Tja, der hat auch sein Leben ausgehustet. Sonst tanzt hier auch keiner rum. Nö, gut. Umso besser. So, Aufzug aktiviert. Haben auch diesmal jetzt ausreichend Positionen. So wie es sein soll. Ich glaube, hier springe ich mal nicht runter. Dann nehme ich lieber schön brav den Aufzug. Und warte, bis er brav wieder runterfährt. Halt, du! Naja. War eigentlich ganz gut. Haben nicht viel Schaden erlitten und so. Lief gut. So. Bei dieser Stelle, gleich beim Aufzug. Hinten diese Wand da hinten. Da haben wir dann das letzte Secret. Zumindest für dieses Level. Und das ist eine Schüssel Blutwein. Dadurch sind wir sozusagen im Blutrausch. Und machen somit mehr Schaden mit unseren Waffen. Und dann. Ja. Wie man sieht. Im Blutrausch. Haut man ordentlich eine rein, ne? So, manche von diesen Fächern kann man doch öffnen, ne? Hier. Hier ist aber nichts drinne. Ist irgendwas drinne? Ja, Heilungspakete. Aber die brauchen wir ja alle nicht. Nö, hier ist sonst nichts weiter. So. Passen wir mal weiter auf. Denn die Panzerung wollen wir ja behalten. Hmm? Oh, wir müssen die Panzerung haben. Jupp, da foltern sie gerade einen Lithianer. Und der hat gerade die Schlüssel. Hm, wir spritzen den mit sonst was voll hier. Na ja, sehr viel von der Panzerung werden wir nicht mehr haben, ne? Das ist aber auch das Blöde. Oh. Na ja, zum Glück, zum Glück, ey. So, wir müssen aber hier lang. Ach, einer ist noch da, ey. Wusste ich doch, dass noch einer da war. So, Tür auf. Ihr sagt die Tür auf. So. Endlich raus hier aus dieser Zelle. Yes. Wie erwartet, war der Wärter auf deinen Angriff vorbereitet. Die Wächter auf den Verwaltungsebenen sind treue, durchtrainierte Krieger, die tapfer Widerstand leisten werden. Der Wärter ist wahrscheinlich in seinem Quartier auf der obersten Ebene. Informationen über die Attentäter können wir den Kommunikations-Logbüchern entnehmen. Wenn du also den Wärter findest, töte ihn. Als Abschreckung für alle, die die Herrschaft des Rats in Frage stellen wollen. Geh jetzt. Nun denn, als nächstes hätten wir dann die Verwaltungsebene und dann den administrativen Bereich. Aber das geht erstmal in einer weiteren Folge weiter. Also, bis zum nächsten Mal und Kaplar!